Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Überraschungs-Ei-Video. Es gibt sie heute wieder im Laden zu kaufen, richtig geile Sache. Ich habe übrigens ein richtig geiles Studiomikrofon mit zugelegt, damit die Audioqualität in diesem Video ein bisschen besser ist. Ich hoffe das hört man und wie gesagt, ich habe jetzt seit über 30 Jahren Erfahrung mit Überraschungs-Eiern und wenn ihr lernen wollt, dann bleibt bei mir, bei wem könnt ihr sonst was über Überraschungs-Eier lernen. Deswegen, das war als kleinen Hinweis und ich würde sagen wir machen das jetzt einfach mal auf. Warum will ich es nicht aufgehen, Alter? So, easy. Gucken wir mal was sich da drin befindet. Lecker. Ich schiebe die mal ein bisschen nach hinten, das ist nämlich sowieso eine Schokolade. Die ist doch total unwichtig bei einer Überraschung. Und, uh, was haben wir denn? Uh, wieder was zum Bauen hier, aber richtig zum Bauen. Gucken wir einfach mal alles raus. Oh, das sieht aus wie ein Hai. Erstmal gucken wir uns den Zettel an und dann wird gleich wieder gebaut, würde ich sagen, wa? Zack, zack, zack. Das sind die Natoons. Okay, alles klar. Das scheint irgendwie so eine neue Reihe zu sein von Tieren. Natoons. Ja, wir haben auf jeden Fall den goldenen Hai. Ich glaube, der ist viel cooler als der andere. Und deswegen bauen wir das jetzt einfach mal zusammen. Das sind vier Teile, das sollte ich hoffentlich hinbekommen. Da nochmal ein bisschen Info darüber. Die werden vier bis sechs Meter lang. Ich hoffe, der nicht, der da unten liegt. Ähm, und vier bis siebenhundert Kilo schwer. So, dann versuche ich das jetzt mal durch die Kamera aufzubauen, was ein wenig schwer werden dürfte. Ähm, wir haben das Ding und dann würde ich sagen, packt man das so da dran. Ähm, dann den Kopf nehmen und den Kopf da so irgendwie dran machen. Ähm, so vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Und dann tut man den anderen Seite da dran machen und dann hat man, äh, also ich bin motorisch gerade nicht so begabt durch die Kamera. Würde ich das natürlich nicht durch die Kamera machen, sondern so richtig, dann wäre das natürlich überhaupt kein Problem, so. Alter. Wird jetzt mal zusammengehen oder was? Wird jetzt mal zusammengehen? What? Wieso hängt das jetzt da dran? Okay. Ähm. So. Easy. Und jetzt kann man mit der Schwanzflosse quasi immer den Mund so aufmachen. Boah, krass. Genau. Das wäre auch schon alles gewesen. Ich glaube, das ist keine besondere Edition oder so. Cooler High. Ich esse die Schokolade. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.